Hallo liebe Leute, ja eigentlich sollte ja an diesem Wochenende wieder ein neuer Vorschau-Clip für endlich Montag hochgeladen werden, um eine Vorschau zu liefern für die achte Folge, die dann am Montagabend hier auf dem YouTube-Kanal gelaufen wäre. Aber wie ihr wisst, ich kann auf YouTube zurzeit nicht live streamen, weil es mir von YouTube schlichtweg verboten wurde. Ich habe einen Beitrag auf YouTube gehabt, der schon dreieinhalb Jahre auf unserem Kanal war, der von über 140.000 Menschen gesehen wurde. Bis zum letzten Tag war er auch monetarisiert und ganz plötzlich hat YouTube gesagt, nach dreieinhalb Jahren wie gesagt, nein, dieser Beitrag, der geht nicht, der muss runter vom Kanal, der wird jetzt hiermit gelöscht. Und nicht nur das, damit einher ging auch sofort gleich eine Verwarnung, die ich bekommen habe. Und sozusagen als Strafe für mich im Zuge dieser Verwarnung ist nun damit passiert, dass ich nicht live streamen darf auf YouTube. Jedenfalls nicht bis Februar 2018. Sich dagegen zu wehren, hat überhaupt keinen Sinn. Man ist YouTube völlig ausgeliefert, man hat keine Gelegenheit, da irgendwie was dagegen zu sagen. Wenn die das so beschließen, offenbar nach gut dünken, dann ist das so und dann kann man sich dagegen eben auch nicht wehren. Nun gab es die Idee natürlich, dass man Endlich Montag auf einer anderen Plattform fortsetzt, zum Beispiel auf Twitch oder auch auf unserem eigenen Server. Aber ich habe mich dazu entschlossen, das nicht zu machen, denn der eigentliche Sinn von Endlich Montag sollte ja sein, dass wir unseren YouTube-Kanal ein bisschen attraktiver machen damit, weil ich gerne wollte, dass auch ein bisschen ein Live-Element auf diesem YouTube-Kanal stattfindet. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, wenn ich jetzt Endlich Montag woanders mache, dann ist die Grundidee und der eigentliche Grund, warum ich diese wöchentliche Sendung überhaupt gemacht habe, nicht mehr gegeben. Dazu kommt auch, dass jetzt vor Weihnachten für mich sowieso viel zu tun ist und ich, auch wenn ich Endlich Montag unglaublich gerne mache, jetzt auch durchaus mal ein paar Wochen nicht machen muss. Das ist auch nicht so schlimm und ich denke, da kommt auch jeder drüber hinweg. Also, insofern ist es nun so, dass Endlich Montag erstmal pausieren wird und zwar so lange, bis ich auf diesem YouTube-Kanal hier wieder live streamen darf und das ist nach derzeitigem Stand Februar 2018. Tut mir leid, wenn da einige enttäuscht sind, ich habe Endlich Montag auch gerne gemocht und ich finde auch, dass es sich sehr schnell etabliert hat und eine sehr interessante Sendung ist und wie gesagt, sie geht ja auch weiter, sie pausiert aber dann erstmal und daher ist dies sozusagen die vorerst letzte Sendung, die mit der Überschrift Endlich Montag hier auf diesem YouTube-Kanal stattfindet. Im Februar geht es dann hoffentlich weiter. Es sei denn, ich bekomme noch weitere Strikes reingehängt und darf denn gar nicht mehr streamen oder keine Ahnung, was YouTube noch so einfällt, ich weiß es nicht. Momentan jedenfalls ist Februar 2018 der Termin oder der Monat, ab dem ich dann wieder loslegen kann mit Livestreaming auf YouTube. Hoffen wir mal, dass es zumindest dabei bleibt. So viel von mir, schönen Sonntagabend noch, wir sehen uns. Wer übrigens unbedingt live mit mir sprechen möchte, hat am Mittwochabend dazu Gelegenheit ab 19 Uhr, denn da gibt es auf Massengeschmack TV wieder MG Direkt. Selbe Telefonnummer, selbe Skype-Adresse, selbe Setting. Vielleicht bis dann. Ciao.